Herzlich willkommen von Wolfsburger Versicherungsmakler hier aus dem Büro für Wirtschaftliche Lebensplanung. Wer die Nachrichten der letzten Tage gesehen hat, die Situation unten zum Beispiel in Baden-Württemberg, der sieht, dass es da unten gerade ganz vielen Menschen ganz schlecht geht. Und oft sehe ich aber, wenn ich Versicherungsordner herkomme, Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, alle ohne Elementarschadendeckung. Eine Elementarschadendeckung schützt auch gegen Starkregen oder gegen die Folgen, die finanziellen Folgen auch starkregen. Aus diesem Grund macht es Sinn, die paar Euro im Monat, manchmal sind es 10 Euro im Monat, vielleicht sogar weniger, zu investieren, um sein Hab und Gut dorthin gehend gut zu schützen. Ich berate Sie, ich berate Euch natürlich gerne dazu. Ich freue mich auf Eure Rückmeldung. Bis dann, alles Gute, Ihr, Euer Florian Rex.